Es sieht nicht gut aus wie den Eisböer. Er wird noch immer gejagt und misshandelt, seinen Lebensraum verschmutzt, von Menschen besetzt und ausgebeutet. Der Klimawandel heizt den Tieren die Lebensgrundlage weg. Wenn wir nichts unternehmen, wird der Eisböer nur als trauriges Symbol der globalen Erwärmung überleben. Wir leben im Zeitalter der Konsequenzen. Wir müssen handeln, und zwar jetzt. Wir müssen starten.